Musik 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 Stirb! Alter, was? hatte irgendwie kaum schaden das ding darunter ein bisschen mehr vorgestellt echte sinkt voll aufladen dann drauf schießen und deine schütze bringen gar nichts so ok aber das irgendwie nicht so viel schade eigentlich über geld damit hat das nicht verarschen und die spieler da raus das hier rein das sind aufgepackt waren hier dringend gewesen oder so muss das hier in rot abgott prozess schön 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 dass die kriegen aber nicht so viel mehr oder vorgestellt so als man kurz und knackig geschütze und dann zerstörte ich weiß es fühle ich mich nicht mehr ganz so mutig gibt es zu ich mal sagen nichts hatten wir schon glaube ich so verschiedene sachen ist die zweite seite von dem ding ok perfekt gut also was die dann was wir so eine spritze einfach rausgehen oder scheiß drauf ist das schon der raum nix drin ist das schon was ich meinte ich glaube oder jetzt wird man so besser eingebaut gehabt jetzt schon ganz oben vielleicht auch mal mit dem aufzug fahren wir könnten mal eine kleinigkeit essen ja zum beispiel wie die bierne ich weiß nicht ob man auch zum beispiel so warm machen kann dass man einplatzen kann oder sowas wäre bei der birne eher nicht optimal aber hey bei anderen sachen vielleicht keine ahnung na gut komm das hier nicht das auch nicht was zum hacken medium wie schwer dann geht mal her was gibt es denn schönes eine energiezelle brauche ich nicht das brauche ich aber ist doch nix ich hab schon wieder nichts rumschieben das hat er schon wieder die folge gegessen sind wir dann ziemlich wenn wir uns daran denken dass hier irgendwas rumliegt irgendwas zum heilen ich hab mir alles reingeschmissen letztes mal ja hier ist nichts mehr drin aber dieser kann man wieder alles hier reinschmeißen ja zumindest ein zwei energiezellen ja nicht alle aber so hier die beiden zum beispiel jetzt hier haben wir noch hier drei stück drin ähm ey lass das das überhaupt nicht verpackt oder so biegen warum aktuell ja auch nicht wir bauen ja nix das muss man ja auch hier medical auf jeden fall die beiden hier junk kann man auch erstmal hier reinlegen ich kann nichts reinlegen ist irgendwie hier ganz komisch naja gut ähm nein das war die falsche tasse sorry hatten wir auch schon ne erstmal alle mitgenommen glaube ich ne egal wir sammeln irgendwann mal alle m lyse m lyse spekt wir wer läpst der schon rum das ding moment wo lag denn es auch hier in der gewesen sein bin ich jetzt voll verpeilt dass ich nicht weiß sind wir voll alter wie schon was auf dem platz hier hier machen wird verpackt aber hey wo ist das jetzt hier weg oder was ja nice cool naja egal da lassen wir es halt mitnehmen das geht ja wenigstens jetzt hier echt hart wichtig doch nur so recht über voll alter egal hier drin war doch nichts hätten wir noch ein paket die auch mit scant grad nix nix die ist aus dem hacken gleich hier eine waffe bei easy nein eher nicht so noch mal easy geld drin scheiße das zeug drin was wir hier ist hier unsere base quasi okay die firma medizin oder wenn wir welche brauchen wir die chance trinken wir brauchen alles noch da jetzt noch raus gehen oder aber zum folgten ich meine ich will ja hier zwei mitnehmen meine müssen sie auch nicht übertreiben oder hier hat man das brauchen wir das weiß nicht was wir hier genau wie das hier die probleme nicht das ist eher so volle heilung und andere ihre bisschen weniger heilung energiezellen ja die sind irgendwie verpackt die klasse 4 kacke das ist nur junk oder das rauslegen es ist ein bisschen platz ja das ding und das weiß ich nicht was es ist es kann man hier lassen testen überleben sollten ja 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 mit drei mal heilung ist gut ist jetzt gerne speitern aber geht er leider nicht also wenn wir wohl nur übel raus machen immer zufällig was böses rein rennt selbst so da gehen wir raus oder nun aufzüge aufzüge fahren wir noch nie aufzug gefahren wird machen machen also ich weiß so viel um die gebäude wo wir mal gefangen wird da gibt es ganz viele stockwerke die gibt es grundweise nur zwei zwei sehr cool jetzt haben wir runter egal erstmal anschauen da haben wir es ja gut das war schon ganz oben die aufzug gefahren ja in dem spiel so ist okay kann man machen würde ich sagen das war schon mal aufzüge die faulen naja gut dann probieren wir unsere glück hier raus hier soll das mal kopiert den fehler machen dieses mann nicht junk dann ist einfach nicht damit das quasi system funktioniert was wir alles brauchen wenn wir nur unsere mittags zu aktuell stadt oben stand steht gerade einer aber ich glaube nicht damit leider auch kein schild ich konnte reparieren da kommen wir aber nicht oder per kette man ist ja leute trinken man schilder kann jetzt haben wir zugeschissen aber dieses mal irgendwie nicht schön und schank menno das sind wir hier gestorben keine guten erinnerungen an den ort das ist das zu trinken und wieder hätten rein rein und sterben halte er von der idee ist doch super oder recht lang laufen oder das haben wir auch nicht an die vorkommen werden die städte ausgerüstet hier raus auch so heißt nicht viel wenn es hier bugs gibt also guck mal die roboter haben wir uns bisher noch nicht verschützt und dafür kann auch gleich herausgehen wenn er uns gefangen nimmt würde ich sogar zulassen ich gesagt mal gucken was neben anderen gebäude ist da haben wir zwar nicht mehr das zeug in unseren kisten aber wir sind in einem anderen gebäude ohne da draußen rum zu rennen wobei ich das am liebsten machen würde mal raus gucken was da ist haupt und trocken energiezellen aktuell wir können die immer noch mal einsammeln ich will es ja ehrenste daran denken dass die hier ist aber hey wie auch das rote zeug da wird einfach ins rote zeug rein gerannt letztes mal ist das an jetzt dass das ist eine ammo kiste hier ok aufmachen bitte das war es hier schon nach auf warum ist ja alles abgeschlossene das ist doch ärgerlich oder dumm klar ach guck mal einer an gut dass das ist dass wir das kennen gibt immer ganz schnell schuld ja endlich schon einiges safer mit der ausrüstung hier werden wir hier rein habe ich gehört was ist ja doch einfach nicht dass er stirbt natürlich nicht und da stellen wir wieder so brauchen innerer ausrüstung wird nach draußen kommen wird jetzt nach draußen wir brauchen trinken essen beides ach du scheiße wenn das noch nicht ist es gibt es gibt es gibt auch bald sich aber ich habe gesehen aber es wird es in der taten so wir müssen was vertreten fett essen immer gerade den fett riegel oder kleines zum trinken nehmen wir mal die flasche hier die platz sparen ja ok guck mal noch mal sieht es gut aus sieht richtig gut aus essen geht einigermaßen das große ding hat bringt weniger als das kleine ding irgendwie wir gehen jetzt hier raus ja also nicht ganz raus sondern voraus mit lex ich freue mir alter ruckel 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 gut dann machen wir ein klapp auf und gucken was er ist zum fiel zu machen das gefangen lassen nehmen weil ich ja schon ja ich will ja aktuell nacht und ich nicht raus gehen und bett haben wir nicht zum pennen warum ist ja echt so dunkel na gut kann nicht nur und nacht macht irgendwie sind ja eine anwälte war noch nicht so viel gewesen achten mal direkt unseren und dreck wieder bekommen das lässt mir ja schon gejagt alter mutter fack schockt schweb ja liegt hier einfach mal rum ich bin erschrocken ich bin auf kaffee die scheiße machen wir ich will auf jeden fall hinter so ein ding ich möchte auf jeden fall dahinter ihr könnt keinen scheiß geben alte menschen anschauer den luten erst mal wir können alles noch unterschaffen in unser langes versteck sie sind gut wenn wir etwas antworten könnten weil es verschwindet ja dann können wir auch sagen wir aufnehmen dann kisten reinpacken wir könnten schon irgendwas da machen bestimmt aber und das versteht aufbauen der base geht aktuell leider nicht nicht mitnehmen müssen und bedingt ich habe einen schwebger als die schwebger die schwebger die schwebger es hat dort verloren gebraucht wurde während eines routineren zu reparieren ich habe ein bisschen Platz in der partition des server für ihn hm na dann Alter wie es gibt wir sind zwei Sachen zum hacken und das interessiert mich gerade hart Alter ich die roboterinnen hier rum wenn wir verkacken das haben wir verkackt weil ich bin jetzt nicht schlecht da dran kommst du noch einmal her Kaffee ist immer gut Alter ich kann schon wieder überhaupt nicht leben tut mir leid ich habe auch gerade irgendwie keine lust drauf wenn ihr wollt könnt ihr vielleicht entziffern ich habe gerade keine lust drauf vielleicht mache ich auch später wo es jetzt bestecken die so gut vermisst also einfach aber es dauert abgehört etwas voll aber auch nur etwas ähm wir sind gleich mal zurück wo ist der roboter geh mal weiter na ja bitte hey ich habe schon recht wuss das kann man vergessen das Ding bekommt man nicht mehr drauf können wir eh grad nachts will nicht nachts rausgehen weiß ich mich nicht ob nachts da mehr gegner sind wir haben hier diesen roboter ne werden nicht ganz einfach ein bisschen so als normalerweise können wir ein bisschen umschauen oder bluten könnte uns auch aber auch aktiv werden vielleicht kommen wir noch nicht wie voll durch kommen wir sogar alter dann auf die schränke plackern das licht hört sich interessant an nachts mehr zum minister der patrouille natürlich nicht tun oder nicht gesehen ich gehe es mal hier weiter 80% weiter auch mal licht hier wird hell ne naja nicht wirklich ja wir müssen energie spielen dort wir haben ein paar prozent wir hätten doch reicht das nicht lange hier los erhältnis so viel krach die weiß ich auch noch nicht gewinnen wie ich gerade cool wenn die netz sind ja das ding hat mich eingeloggt ich wollte doch kann ich hier einmal zurück und ich habe noch einen platz nicht verarschen dass ich bis gefälligst auf wo ist es hin das ist nicht wirklich dies aufgesammelt das soll jetzt hier ist platz da platz da war da war platz auch fehlt irgendwie frech also mal jetzt ehrlich na na hab ich schon schon gescannt Das würde ich gerne noch machen. Kein Problem. Na, hast du nicht gesehen, oder? Hat er nicht gesehen. Kann man echt mitnehmen. Also, kommen wir hier durch, ich glaube nicht, ne? Schade. Ja, vielleicht in der bei Energie auch nicht, oder? Ich hab keine Ahnung, dann müssen wir hier wieder irgendwie... ...in Richtung raus. Irgendwo Zombies. Keine Ahnung, wo. Wahrscheinlich hier hinter irgendwo. Hi. Kann man irgendwie noch hochlaufen. Oben gebaut waren wir ja noch nie, ne? Irgendwo Zombies, ey. Gefällt mir gar nicht. Gebäude ist auch ein bisschen verpackt. Ist vielleicht der andere Zugang? Oder kam wir hierher? Ich weiß gar nicht, da kam wir hierher, ja. Lass uns mal ausleeren, Leute. Und dann lass uns nochmal hochrennen. Ja. Ist besser. Ich mich einfach hier überall nicht safe fühle, ey. Schlimm, schlimm, schlimm. Schlimm. Okay, außer aus der Marsch, wenn es irgendwo ein Gegner ist, dann haben wir ein Problem. Aber sieht nicht so aus. Zum Glück. Guck mal, wo unsere Zeit noch da ist. Guck mal, wo unsere Zeit noch da ist. Müsste aber eigentlich. Nice. Geschlafen ist es. Gucken wir doch mal. Ja, nice. Guck mal, ähm. Rejoinen sollte sich auch noch alles da sein. Entschuldigung. Guck mal, Mikrofon. Das ist Junk. Ey. Das ist Junk. Das ist Junk. Coole Falle. Geht nicht. Geht auch nicht. Aber das funktioniert. Ähm, noch eine Energiezelle. Hm. Den brauchen wir auch erstmal nicht. Also so viel Essen brauchen wir eigentlich auch nicht, Alter. WTF. Den großen Schwingi brauchen wir nicht, den kleinen nicht erreicht. Das ist wie Koffee. Dann haben wir den auch noch hier. Wenn wir hier 3 trinken, dann haben wir hier das Zahl zum Essen. Die beiden. Die 3 sogar zum Essen. Dann können wir den auch erstmal hier lassen. Und den sieht... Ähm. Auch erstmal. Dann haben wir hier bisschen Essen, bisschen trinken. Und hier nur noch trinken. Und alles, äh, trinken, essen gehen wir auch. Es läuft auch ganz gut so. Dann haben wir wieder einiges an Inventerplatz. Wir können eigentlich wieder hochgelaufen. Ähm. Wie sieht's recht? Okay. Wir können eine Kleinigkeit futtern. Aber am besten müssen wir dabei haben. Ich sehe nichts. Ähm. Ähm. Ja, geht besser. Na gut. Ich gehe wieder hoch und gehen wir... ... oben im Gebäude weiter. Boah. Ich war sehr spannend. Was passiert noch? Äh. Was passiert noch? Das hier auch. Nice. Auch wenn es nicht viel bringt. Aber hey. Besser ist gar keiner. Versagen wir es so, ne? Gut, am Tag können wir dann rauslaufen, insofern wir dann noch leben. Das ist doch noch was anderes. Apropos Leben, wir sind voll, oder? Ey, Mist. Ja. Gut, dann lass mal irgendwie hier raus. Ja, raus. Na, nach. Huch. Huch. Auseinander geflogen. Ah, er ist hier draußen. Cool. Hallo. Na du. Was soll ich noch da? Na. Ich kann mal gucken, was hier so, was hier so an Etagen gibt. Ach, herrje. Nobby. Ähm. Das ist krass. Ähm. Kann mir die Treppe nehmen? Nur für die erste Etage? Oder? Ja. Der Treppe sieht auch ziemlich cool aus. Ey, ich warte nicht wohin. Und wenn da oben zum nächsten vor der Tür steht, in der Masse oder so? Dann haben wir gelust. Dann sind wir ins den Tod, Alter. Wenn die alle da rennen. Können zwar wieder bei einer Sim fahren, aber... ein bisschen Licht machen, bitte? Licht ist an, aber irgendwie ist das nicht so hell, ne? Oh. ich höre ihn aber sehe ihn nicht zwei oder nicht falsch ich habe gegen zwei leute ich bin vorsichtig mal ein bluten ich bin einig das anscheinend Es gibt aber 2 Schuss für die anscheinend oder so Ich geh das nicht so gut, ich hörs zu Ich brauch nicht so ein großes Ding hier nehmen, da ist Verschwendung dafür Leute Jetzt ist er aber recht hell hier drin, ne? Es wird immer heller, ach so, da dort einen Moment Guck mal, voll geil Also mehr als ehrlich Leute Wenn das nicht geil ist, weiß ich auch nicht Lass mich mal voller Energie, mal ganz ehrlich Ich freu mich grad ein bisschen Wie viel denn ist hier oben noch, man sieht, wie ich jetzt mal was, ey Ganz ehrlich, alter Hi Ähm Was? Ich hab die doch eindeutig getroffen, oder Leute? Du hast getroffen, schweiß ich nicht Ich weiß nicht, ob wir noch Munition haben Ich hab die doch auch getroffen, ich hab am Anfang Ich hab mich visuell dahin gegeben Oh, alter Leck, ohne Ende Ich hab grad keine Ausdauer mehr Außer bekommen wir Wie? Es wird cool, dass es jetzt schon mal hier Strom ist Ja Lass mal irgendwie, keine Ahnung, was wir denn hier noch an Werte die hochverschmissen ertrinken Zum Beispiel Lassen wir hier und Dinge Mal einen Kaffee trinken, alter Ausdauer kommen Aber es ist richtig verdient Richtig geiler Kaffee, alter Wie bekomme ich die Ausdauer hoch? Über Zeit? Okay, wir sind müde, kann es sein, ist sowas wie Energie Auf keinen Fall bekämpfen Würde ich das behaupten Du musst ja auch pennen Wahrscheinlich, alter Es gibt, man kann auch Betten finden Aber wenn man keins hat Ist auch scheiße dann Dadurch stirbt Alter, weil ich mich verarschen Ach du kass Dann hacken wir uns mal durch die Schließfächer Easy Alter, wie geil das ist Was? Haha Wann essen und trinken finden wir erstmal genug Hast du das Gefühl? Wollte Ausdauer ist hart am Arsch Hm Tja Wollte Wollte ausdauer wird besser Wollte ausdauer wird besser Wollte ausdauer wird besser Wollte ausdauer wird besser Okay, sonst was von denen Neben nur einem Bis mal aufpassen Ein Tommy ist hier noch, okay Zutaten wir uns nochmal hoch das ist doch so hier das hat man so hochhalten wir haben so viel zeug schon gerade gefunden das hat unser motto gerade mal hier weil sterben ist scheiße machen das jetzt aufdauerzeug oder ja alter ich gebe den ab jetzt liefer aber die warte fertig das ist leider leer kann was besseres drum sein muss aber nicht heißt ja irgendwie nicht hier die schwierigkeit ist nicht schlecht hat man schon erst ab wir müssen auch die energie und so das muss ich schon noch mal wir haben trocken jetzt auf jeden fall Jakob sagte mir, dass Menschen für unsere Kleidung wär's warm bleiben und um die Uniformität in Position zu zeigen. Wie komme ich denn da rein, komme ich denn da rein, hallo, möchten das Ding hier rein, wow, ernsthaft, lag, der Performance ist echt noch nicht so geil aktuell, aber, komm, das geht, ist okay, geht auf jeden Fall schlechter, also, muss man ja mal sagen, nein, auch nix, ähm, dann, das können wir noch, oder, haben wir schon, haben wir schon, alles ist gut, hinten sind noch mehr Stieffächer, die wir erkunden, wie kommen wir denn hier rein, alter, verstehe ich noch nicht ganz, hier ist ja auch kein Ding zum aufmachen, und jetzt, Zombies, alter, oder kommen die hierher, weil, naja, weißt schon, weil ich gemacht habe, da kann ich ein schönes kaufen, hier sind sie, die würde normalerweise auf jeden Fall instant kaufen, mit 800, Geld, oder wie, ist das richtig? Ja, Sonderangebote, ich wüsste, was das ist, ey, Energiezellen brauchen wir nicht, essen brauchen wir auch nicht, dass da weiß ich nicht, was es ist, Seeds sind eigentlich ganz geil, der Braut soll gar nicht, das sieht auch noch so interessant aus, hier ansonsten, Puh, nee, ich meine Braut, ich habe, anderes aktuell, weiß ja nicht, sollte man nach der Energiegruppe in den Flächen ausschalten, wir haben dann nicht, nichts repariert hier, wir können nicht durch die Energieanhaben, vielleicht später mal im late game irgendwie bei uns, aktuell alter, es geht halt einfach nicht, die Dinger kommen auch gleich noch hacken, ohne Strom, dafür ist es kein Strom verschwenden, mein ganz ehrlich, und mit nichts im Rand, noch schlechte Gucken, da gehen wir gleich zum Fliegel, nachdem wir es nicht mehr ausgeschaltet haben, sehe ich gerade am sinnvollsten so, dann ist nur ein altiges vermissten Blatt, ja, durft gelaufen, sowas ging ich normalerweise mitnehmen, wow, leck, nein, nicht abstürzen, bitte, wir sind gerade so gut dabei, please not, please not, please not, alter, was für mega leck, okay, Leute, ich mach nichts, wir warten geduldig, es wird nicht einfangen, hoffe ich, wer hat schon mal so ein leck, allerdings war er nicht so lange wie der hier, so lange leckert es noch nie gehabt, wir warten, alles ist gut, Pamela, komm, fang dich, reg dich ab, ich mach jetzt schon das Licht wieder aus, ja, ich warte noch kurz, das war schon ein Cut, ha, ha, Pamela reagiert nicht mehr, erst mal auf Antwort warnen, aber ich hab so viel gefühlt, dass ich gequascht ist, was ich scheiße finden würde, ja, sieht aber ganz so nach aus, fertig, so es ist klub, dass du da nicht mega leckertes bist, es sind andere enfrentungen, dass du da nicht lockst, wenn dir das Thema glaubt ist, dass du da nicht mal wärmer bist, wenn dein Buch hab, dass du da nicht passt, das Ganze fällt mir einfach ein bisschen ab, wenn ihr da nicht, dann warte noch mal ein bisschen ab, wenn du das Gefühl hast, wenn du da nicht hab, . Ich hab dich, wenn du da nicht läckst, schade, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020